Es lässt sich noch ein Stückchen Arbeit. Das Problem, wenn man die Patze zu kurz lässt, dann weiß man immer noch nicht, wie sie laufen auf dem letzten Stück. Das kleine sportliche Drama hier bei Hendrik Stenson. Oh! Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen, gerade bei Stenson. Auch nicht schlecht. Bleibt hängen mit dem Wedge und wirft es mal eben hinten über die Schulter ins Wasser.